Ein herz erfrischendes Moin Moin und herzlich Willkommen zu Overwatch mit Nefas und Anne. Heute mal ne gute Runde. Hanamura, ich hab's im Gefühl. Ich hab's im Urin. Leute, ich hab's im Urin. Angriff? Angriff. Da gibt es nur eine unmögliche Option für mich. Mercy! Die ist übrigens 39. Ich finde, die hat sich gut gehalten. Mercy ist 39, ja. Die sieht aber aus wie... 29. Aus wie 21, ne? Nein, 21 jetzt nicht. Mercy ist doch schon so bestanden. Ja, oder? Aber wie sieht das aus? Ihre Stimme klingt schon eher wie 39. Bleib doch mal stehen, dann muss man doch mal gucken. Warte. Na, wie sieht das aus für dich? Aber die, aber, aber... Ob die Brüste noch so stehen, wie sie gerade stehen, ne? Das ist wegen der Rüste. Ne, außerdem hat die ja gar nicht so große Brüste und dann sacken die auch nicht so schnell ab. Große Brüste sacken also schnell ab. Das ist richtig. Das ist das Gesetz der Schwerkraft. Was, 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 was? Schwerkraft? Wer hat die das erfunden? Das ist jetzt als Deutschlehrer schwer zu verstehen. Ich weiß. Hat das halt noch keine Physik in der Schule. Was ist denn diese Schwerkraft? Guck mal, ich hab einen coolen Spray. Oh ja. Na, geht's doch, ne? Wer geht nun? Ja, ich hab schon immer wieder gesehen. Wow, der Pfeil war ja super, ne? Ja, Ampel getroffen. Next time more. Der Pfeil war besser, hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen. Bin ja schon durch, weiß nicht, wie es dir geht. Hilfe! Hilfe! Wieso schießt der feindliche Junkert von da? Nephias, hilf mir doch mal! Ja, dann komm doch zu mir! Warum ist die denn da? Die läuft ne halbe Stunde hinter mir her und du machst nichts. Die ist wie so ein Flummi, die kriegst du nicht. Ich hab den Punkt eingenommen, was habt ihr denn gemacht? Ja, ich seh, wie viel du eingenommen hast. Ich hab sie so abgelenkt, jetzt könnt ihr vorne durch das Tor durch. Freut euch mal, lieber. Sei dankbar! Sei dankbar! War in der Falle. Sei doch mal nächster, dass du in der Falle bist. Du musst dich doch kohlen Schaufeln. Getötet von einer Mercy. Anne wird jetzt auch zum Schrein jetzt gleich. Du bist grad neu. In deinem Alter musst du doch Kohle schaufeln. Das ist der Highlight des Tages. Komm da, ein geschmolster Kern. Bestrafbar heilig jetzt nur noch den Gamefreak. Das hat er gegen meine Oma schon nicht hin zu nehmen. Was hast du davon? Oh, ich hab den рисchen. Ich hab ihn geschafft. Ruf da, ruf da! Oh, Hanzo von der Seite! Ein wildes Hanzo erscheint. Er kommt von da! Hanna, wenn du mich buffst. Komm, ich bin traktorin. Dann kann ich, wenn einer kommt... ... richtig... ...hast du richtig drauf jetzt. Dann kann ich richtig draufhauen. Okay, lass schnell machen. Jetzt wird es halt. Traust du dich das, Anne? Was denn? Fuck, schaff ich das? Ich glaub ich schaff das gar nicht von der Seite. Winston, you are animal. Also traust du dich nicht, oder? Ja, du hättest es geschafft, aber. Mag wohl sein. Mach den Turm. Mit Goro zusammen. Ja, natürlich. Jetzt sterben wir alle, ja. Warte, jetzt kommt gleich die Mercy, die Mercy. Flieg rein, flieg rein. Jawoll. Ja, aber da war nur einer, der beliebt wurde. Nee, nee, das waren ein paar mehr. Sicher? Ja. Drei Stück hast du wieder beliebt. Drei Stück hast du gemacht. Bei mir stand nur einer auf dem Radar. Ja, hat sich nicht aktualisiert. Nein, ich hab den Faustkampf gegen Torbjörn verloren. Das war jetzt umsonst, oder was? Nee, ich hab vorher einen Kill gemacht. Rechts kommen sie hoch. Oh, Feier ist Ande. Oh, Ande nicht. Also Ande, ich muss ja flug. Nooo, ich schaff es nicht. Time to say goodbye. Schaffen wir es on point nochmal, oder? Wir haben noch 6 Minuten 50, alter. Ja, und? Nein, du, ich glaube nicht, dass 6 Minuten ausreichen können. Glaub auch nicht. Understood. Alter, wenn der Tracer so nah kommt, kriege ich Effekte, Alter. Hau ab! Ich bin on point. Ich krieg sie nicht! Ich hab's ja... ist ja sie... Ich krieg sie einfach nicht! Das ist wie so eine Katze, die einem Laserpointer hinterherjagt und ich krieg sie nicht! Du bist also der Laserpointer, ja? Nee! Tracer! Aua! No! Hilfe, Game, please! Hilfe! Habe ich das? Ich trau mich nicht. Trau dich ruhig! Nein! Nein! Ihr habt gehört, Gorat hat gesagt, trau dich ruhig! Ich hab versagt! Mann, diese blöde Tracer, die nervt so! Ja! Die ist voll nervig! Die kommt doch immer so nah! Ja, und sie, ich glaub, dass du die ignoriert rein hat, einfach so richtig... Oh, like a pro! Ich muss natürlich erst den Higa töten! Oh! 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 Mach mal ein bisschen Schaden jetzt nicht mehr! Heil mich! Heil mich! Besser kommt schon wieder! Ja, rate wen sie als erstes tötet! Sie macht halt nur ihren Job! Ach, der Hanzo steht da oben auf der Kacke! Okay! Ich hab sie zurückgeschlagen, die Tracer! Wenn die einen Hanzo haben, komm ich mit der Waffe gegen Hanzo! Du hast auch ne Pistole, ne? Ja, ich hab ihn dann schon geschossen, dann wollte ich doch lieber abhauen! Ich mach aber auch ne Scheiße hier, ey! Also, Winston ist eigentlich immer ganz gut, aber irgendwie hab ich kein Follow-up! Oder die Hanzo sind einfach zu viel! Und jetzt... Level 100! Oh, die Tracer's down! Der eine ist fast Level 200! Der Soldier auch! Und der Hanzo auch! Und jetzt leben sie alle wieder! Von oben, Saya! Geruch! Hm? Wär mein Problem! Au! Soldier! Nein! Ich hab ihn nicht geboren! Du hast geschützt! Na ja! Dein Schild geht nach fünf Sekunden wieder weg! So, Torbjörn ist erstmal von der Map runter! Seht ihr erstmal alle! Erstmal die Mercy und Hanzo gekillt! So muss das sein, ey! Ja, sehr gut! Ich kann kotzen grad! So schlimm! Mhm! Mercy! Oh, ich hätt sie fast gekriegt! Wieso? So, erstmal die Mercy das geschützt! Soldier ist weg! Wieso muss grad jetzt ein Link kommen? Wird doch solche Bühne gegeben! Hanzo ist weg! Pass auf, Game! Jawoll! Nice! Der war gut, Goro! Oh! Oh! Alter, der Drache! Ich glaub die Tracer ist hinter mir her! Nee, die Tracer ist tot! Naja, die komische... Der komische Soldier ist hinter mir her! Mach's die! Schau! 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 Ja! Nice! Oh, fuck! Oh, guck mal hier! Guck mal, Tracer hier! Guck mal, guck mal! Kann grad nicht! Musste mich grad freuen! Da war aber Ass! Mir ist so egal! Der ist süß! Der ist süß! So kleine Lust! Wow! Mit dem Hammer reingehauen! Der Hammer macht keinen Schaden! Das war sein... Sein Geschütz, das uns gekillt hat! Nein, der Hammer macht 70 Schaden, oder nicht? 70 Schaden niemals! Also... Der Hammer macht Schaden? Der Hammer macht doch keinen Schaden! Oder? Ich meine doch! Nee! Müsste mal nachprüfen! Der Hammer macht keinen Schaden! Mann, 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 Mann! Immerhin ein Level Up! How to play Mercy! Ich brauch noch... 170 EP für das Level Up! How to play Mercy! Mobbt der mich? Ich glaub, der mobbt mich! Glaub auch! So, nicht mehr so viel Platz... Okay, warte, 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 warte! Nimm mich wieder... Weißt du hier so? Nicht mehr so viel Platz, aber Festplatte! Uh-oh! Weißt du, wir schaffen noch eine Runde? Nein! Hey, du... Nefi fällt auch immer drauf rein! Ja, eben! Im ersten Moment fall ich immer drauf rein! Und dann guck ich, was er pickt! Er hat nicht mehr so viel Platz, auf dem Festplatte heißt, er nimmt jetzt Bastion! Damit er sich nicht so viel bewegt! Ein... 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 Ein Window hat! Genau! Weißt du, so 30 Minuten Video? How to play Bastions! Wieso willst du Piotre? Ich kenne Piotre nicht! Hau ab! Ich fäll hier so im kleinen Baum! Ach nicht, ich bin böschen! Ich darf nicht! Nein, du magst die Natur! In 30 Sekunden! In 30 Sekunden! 40! Los, Symmetra! Mach mal so ein paar Symmetra-Dinger hier! Warum sagst du mir das so? Weil ich hier der Chef bin! Mann, lass mich doch auch mal Chef spielen! So voll empört! So riebst du so mit mir! Ich würde ihn anschreien, Goro! Das macht mehr Spaß! Los, Goro! Ich buff dich! Hast du mich echt gebufft? Ja! Nice! Nice, Goro! Nice! GG, Goro! Aua! Irgendjemand ist durchgekommen! Heilst du mich auf? Ja, aber ich kann dich nicht unendlich gegenheilen! Ich muss aber nachladen! Kann schon jetzt wiederbeleben! Nein! Dann mach mal! Zack! Los, Goro! Mach weiter! Die kommen näher! Reinhard ist da! Ah, Reinhard hat meinen Turmout geregelt! Kannst du noch gegen? Ja, ja! Du mein Bestes! Wir müssen weg! Drache! Jetzt seid ihr dran! Nein, nein! Mercy healed! Mercy kann doch schon wieder wiederbeleben! Alles klar, wir gehen hier raus! Wir gehen hier raus! New Matter! New Matter! Ich bin unten, Coach! Ich bin unten! Wie, du bist unten! Ich muss auch noch auf andere aufpassen, Goro! Wobei! Das schmeckt mir sogar nicht! Oh nein! Was darf nicht passieren? Bist du bei mir geblieben? Wird das alles nicht passieren? Wie oft können die eigentlich E drücken? Das wäre egal! Da bin ich erschossen worden! Vom Hanzo! Oh, Game Freak! Jetzt machst du das Portal! Game Freak! Ach, Mann! Ah! Hat glaube ich kein einziges Portal benutzt, ey! Nee, wo ist denn das? Ja, ist kaputt! Weil Game Freak auch gepennt hat! Panic! Gepennt! Gepennt! Der Tracer hat dabei zugeschickt mit Stärkung! Hilfe! Mann, er hilft mir! Ey, da flogt man an! Wobei denn? You let me die! Oh, ich bin tot! Ich lebe noch unten! Ich hab's gemerkt! Aber er hat mich weggecharged! Das war's jetzt! Ne, ne, wir sind noch drauf, kein Ding! Echt? Alles gut, ja! Nur die Tracer ist halt fucking nervig, Alter. Get them off the point. Buddy. Oh, was? Ich hab die Tracer und dann kommt so ein Reiner drauf gejumpt. Komm, es ist nur der Reiner drauf. Nee, zwei sind drauf. Oh, on point, on point. On point, on point, on point. Ja. Ich glaub, das wird nüch. Doch, 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 doch. Hm. Wo bist du, Anne? Rot. Wann bist du wieder hier? Ulti, alle weg. Könnte ich hier ganz gut gebrauchen. Ja, komm mal hier an die Ecke. Ich bin Besschen. Okay, es möchte keiner an die Ecke kommen. Ich bin an der Ecke. Reinhardt, Reinhardt, Reinhardt. Nicht euer Ernst. Ich hab einen Teleporter, Leute. Ich hab einen Teleporter. Racer. Links, links, Farah. Links, Farah. Links, Farah. Rechts, Racer. So hoch ist das gar nicht. Du stellst dich aber auch an. Einer musste rechts, Punkt. Ich bin tot. Was? Nein, du hast doch noch mehr am Leben. Ich flieg voll rein und bin tot. Fuck. Dann war's das. Dann ist der Punkt der. Ne, ne. Doch, ist keiner mehr von uns dann. Teleporter sind noch zwei da. Reinhardt kommt drauf. Das ist aber auch verdammt weit bis zu diesem Punkt. Ja, jetzt haben wir den Punkt verloren. So ein Scheiß. Ach, Game Freak. Ich konnte keinen E mehr drücken, weil du unbedingt dahin chargen musstest. Warum auch immer. Will ich wieder mal eine Pocket Mercy hier? Ist die Pocket Mercy? Würde ich sowas schon hören. Ey, das ist hier Meta-Talk, Alter. Boah, Tracer. Fuck mich nicht ab. Erstmal eine Mercy mit 300 Leben. Das ist nice. Wie viel erst kommen wir an den Rand? Ja. No. Kriegen wir den Han Solo rum? Oh oh. Oh, da sind drei Leute oben. Juhu. Oh nein. Tracer, lass mich in Ruhe. Boah, die jagt mich aber auch. Bis zum Tod, die Frau, Alter. Das ist, glaube ich, auch der Sinn von dem Charakter, oder? Oh. Ich bin tot. Ich bin tot. Immer wenn ich Hanzo der Killcamp zusehe, ist er nicht auf mit rauf und macht trotzdem einen Kill. That's how he rolls. Oben ist Tracer wieder. Ich würde gehen. Stunt. Bin tot. Tracer geboostet, komm. Kette runter. Oh shit. Das war soviel zum Thema Pocket Mercy. Wo ist das Schild, Game Freak? Die Tracer ist zu nervig, Alter. Die hat ne Pocket Mercy. Ja, hat sie auch. Oh, Tracer is down. Don't worry, my friend. Wann ist das? Ich hole dich. Die Mercy kriege ich. Jawoll, habe ich. Oh. Da schütze. So. Ah, Tracer ist wieder hinter uns. Ah, Tracer ist wieder hinter uns. Oh. Ist tot. Nein, doch nicht. Ich hab se... Oben ist ne Sniperin. Auf Level 270 im Übrigen. Wow. Jau. Wow, okay. No life. Sie hat mich noch gekriegt. Oh, Leck. Leck des Todes. Oh, Goro. Mach die Sniperfrau, ey. Find! Watch das! Mach die Sniperfrau, sagt er. Ja, und dann kam da so ein Reinhalts. 1 Minute 40 wird knapp. Oh Gott! Die Sniper-Tusse weiß halt genau, wo wir sind. Ja, vielleicht hat sie Wallhack. Den hat sie halt wirklich jetzt. Jetzt hat Gameprixi. Als wir das alles nicht genug, gibt es noch einen Hanzo. Oh, warte mal, ich hab ne Ideen. Von oben, von oben, von oben kommen sie, von oben. Ja, die kommen da. Und links. Geh, ich hab wieder verjagt ein bisschen. Ich krieg den Hanzo nicht. Da kommt der Reaper. Ich hab keine Chance gegen die Sniper-Tusse. Ob es jetzt die Sniper-Tusse ist oder der andere. Die Sniper-Tusse oben rechts kann aber nicht mehr schießen. Von rechts kann sie nicht mehr kommen. Die Sniper-Tusse kommt. Oh, Ulti. Tracer kommt. Tracer down. Oh, die Musik wird immer aufregender. Es ist ja schmarrig. Es ist ja nicht mehr da. Die Sniper-Tusse. Run, die Sniper. Die Sniper. Na, wie fühlt sich das an, Ruck? Schnell! Ich möchte ja dringend gestorben werden. Hat der Anne noch ein Zäppchen reingesucht, hast du gesehen? Immerhin kommt's schon ein Highlight vor. Okay, war ziemlich aus, was er gemacht hat. Naja, Kills mit Selbstschutzanlage ist doch jetzt auch nicht so geil, ne? Ich finde das gut! Ich habe nix getan dafür, außer Schiff gedrückt. Nifi wollte ne Tode Runde, wir haben geliefert, vielen Dank fürs Zusehen, lasst einen Like, damit wir uns gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein! Tschööööööüss! Büüüüüß!